Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Game of Bombings Gaming. Wir sind hier in Plug Inc. drin. Ich hab ziemlich viele News über diesen Coronavirus aus China da gesehen und gelesen, dass ich echt Bock hatte, mal wieder dieses Spiel zu spielen. Und ich wollte hier mal die Kampagne durchspielen. Das hab ich nämlich noch nicht gemacht. Ich hab hier bis zum Pilz gespielt. Ja, aber wir fangen hier für das Let's Play natürlich bei der Bakterie vorne nochmal an. So, Bakterie, fortfahren. Ja, hier kann man dann so zusätzliche Gene einfügen. Aber wir wollen mal so ungefähr spielen, als wenn wir noch keine hätten. Wir nehmen mal hier für die Bakterie, nehmen wir mal gar keins mit. So, Schwierigkeit normal. Müssen wir, glaub ich, auch machen. Für spätere Sachen braucht man, glaub ich, sowieso normal, um die freizuschalten. Also lohnt es sich nicht, auf einfach zu spielen. Warpax 12, der Name kann eigentlich bleiben. Hab ich nichts gegen. So, willkommen bei Plug Inc. So, jetzt müssen wir am Anfang ein Startgebiet auswählen. So, ich hab noch in Erinnerung, dass so diese ganzen Inselstaaten, das ist immer schwierig ist, die zu kriegen. Da würd ich mal sagen, starten wir hier in Island, haben wir einen Flughafen und einen Hafen. So, zack, haben wir den ersten infiziert. Pax 12 befällt Island. Na ja, wenn man auf diese Blasen drückt, dann kriegt man hier unten immer DNS-Punkte. Und damit kann man dann hier drüber seine Krankheit, äh, weiterentwickeln. Ja, Übersicht zeigt an, was man bis jetzt so gemacht hat. Da haben wir natürlich noch nichts. Ja, dann die Übertragung, hier über Vögel, dann über Nagetiere, Mücken, dann auch noch über die Luft und Wasser. Ja, dann hier bei den Symptomen, da verändert man die Schwere der Krankheit und die Tödlichkeit. Und natürlich auch ein bisschen, auch geht das auch auf Ansteckung. Aber hier kann man zum Beispiel dann, wenn alle infiziert sind, auf Tödlichkeit gehen, um die Menschheit auszurotten. Und dann gibt es noch Spezialfähigkeiten. Das sind, glaube ich, hier links, mehr oder weniger, glaube ich, immer Standard. Hier gegen kalte Gebiete und gegen warme Gebiete. Und hier Arzneimittelresistenz. Und hier unterscheidet sich das dann immer. Hier haben wir zum Beispiel bakterielle Widerstandsfähigkeit. Entwickle bakteriellen Mantel zum Schutz gegen alle Klimabedingungen. So, aber wir haben noch nicht genug Punkte. Deswegen gehen wir erstmal wieder raus. Und geben wir mal ein bisschen Schub hier. Ja, wenn man die zerplatzt, kriegt man auch DNS-Punkte. So, jetzt mit 10 müssten wir eigentlich schon was machen können. Ich will natürlich die Verbreitung über Schiffe und Flugzeuge vorantreiben. Hier ist für Schiffe, da ist für Flugzeuge und eben durch die Luft und durchs Wasser. Nehmen wir erstmal Wasser. Und wir wurden erfolgreich weiterentwickelt. Toilettenpapier aus Lehmmuffel unmenschlich. Aufstände im Nahen Osten gehen weiter. So, und jetzt beginnt Pax 12 sich auszubreiten. Stammzellenbehandlung ein Jahrzehnt entfernt. Tsunami verwüstet Mittelamerika. Mörderischer Tsunami erfasst Mittelamerika. WHO-Analysten rechnen mit vielen Toten, trotz des Vorhandenseins von Frühwarnsystemen. So, wir haben 17 Punkte. Können wir jetzt den Bonus für die Luft mitnehmen und die Übertragung über Flugzeuge. Na, ich gehe erstmal nur auf Übertragung. Erstmal müssen alle infiziert sein. So, ähm. Wir sind in Island gestartet. Dann hat man immer einen Bonus für warme Zonen. Hier kriegt man vor allem in heißen Klimazonen. Insekten sind leichter zu infizieren. Überträger Insekten erhöhen Mutationschance und Ansteckungsgefahr. Entwickeln wir doch das mal weiter. Na, Mann rennt mit Cero mehr. Zwölfer Letzte. Schwere Stürme erfassen dicht bevölkertes Gebiet in Ägypten. WHO-Analysten warnen vor Sach- und Infrastrukturschäden. Rechnen aber mit raschen Aufräumarbeiten. Ja, wenn man auf ein Land klickt, kriegt man mehr Informationen. Hier in Island, jetzt haben wir hier gleich 200 infiziert. PAX 12 infiziert, Hunderte. Und hier kann man sich's nochmal genauer angucken. Hier zum Beispiel gibt's, was das Land so für Eigenschaften hat. Das ist halt ein kaltes Land. Könnte noch mehr haben, aber Island hat nur eins. Hier kann man gucken, wie die Forschung im Moment ist. Im Moment wird kein Geld investiert. Und ne. Ist auf keinem Rang. Das ist sehr gut für uns. Neue 3D-Fernseher könnten Hirnfunktionen steigern. Ich glaub ja, er das Fernsehen dumm macht. Muss ich echt zugeben. Oh, und wir haben die USA infiziert. Zweite Land. Sehr schön. Dann auch noch ein relativ großes. Gucken wir mal, wie das hier vorangeht. So, bei den USA gibt's hier natürlich andere Specials. Das ist nicht kalt, aber es ist ein urbanes Land und ein reiches Land. Übelkeitssymptom mutiert. Also diese Symptome mutiert die Seuche auch von sich aus. Ja, ich würd als nächstes gerne hier die Vögel nehmen. 15 Punkte. Ja, jetzt sind wir schon bei Tausenden. Und da war hinten ein verseuchter Flieger. Ab nach Japan. Jawohl, Japan haben wir auch. Hier war gerade wieder ein verseuchter Flieger. So, jetzt nehmen wir mal die Vögel. Vögel werden anfällig gegenüber Infektionen. Dadurch erhöhen sich Ansteckungsgefahr, Landübertragung und Mutation. Und zack, hat's Großbritannien erwischt. Aber eine Arznei, da bei denen, die hemmt gleich unsere Infektion. Das ist halt die Scheiße. Gefahr einer Epidemie übertrieben. Weltgesundheit-Experten geben bekannt, dass eine globale Epidemie nur eine 2,5%ige Chance hat, die Menschen auszurotten. Naja, dat wollen wir doch hier jetzt mal sehen, ne? Ich hab also nur 2,5% Chance zu gewinnen. Zack, nächstes Land. Ja, jetzt passiert gerade nichts. Abgeordneter darf Schwert im Parlament tragen. Ob das so gut ist? Ah, da kamen noch ein paar Blasen. Schlafstörungen-Symptom mutiert. So, wir sind im Moment in kalten Gebieten unterwegs und in einem reichen. Die Arzneimittelresistenz ist für Reiche. Erreger wird resistent gegenüber Antibiotika der Klasse 1 und 2. Erhöht Wirksamkeit in wohlhabenden Ländern. Nehmen wir mal mit. Oh, da ist schon die erste News zu uns. Während einer Untersuchung fand ein Arzt in Island eine neue Krankheit namens PAX-12. Sie scheint harmlos, muss aber untersucht werden. Sie tritt auch anderswo auf. Naja, wenn wir harmlos sind, ist doch alles gut. Ah, die starten die Arbeit an Heilmittel. Das ist natürlich Kacke. So, Weltmenü enthält nützliche Informationen. Ja, wir haben hier ein paar Tote, aber das müsste durch die Katastrophen sein. Unsere Seuche hat noch nichts getötet. Hier kann man sehen, welche Länder man infiziert hat. Island halt schon komplett, deswegen dunkelrot. Haben wir 10 bis jetzt. Ja, Forschungspriorität niedrig. Und in 76 Jahren und ein paar Tagen haben sie das Heilmittel fertig. Durchbruch bei Entzündungsforschung. Wissenschaftlern ist ein Durchbruch zum Verständnis von Entzündungen gelungen. Sie können dadurch ausgelöste Krankheiten leichter geheilt werden. Ja, so ein Mist. Da haben wir die Karibik infiziert. Ich habe das rote Schiff noch gesehen. Ja, dann gönne ich mir hier mal den ersten bakteriellen Mantel zum Schutz gegen alle Klimabedingungen. Ja, zack, da sind wir in Russland angekommen. Sehr großer Vogelzug erwartet. Experten beobachten ein verstärktes Auftreten von Vogelwanderungen. Sie fürchten, dass die Vögel Krankheiten zwischen den Ländern verbreiten könnten, wenn sie infiziert sind. Ja, das fürchte ich nicht. Das hoffe ich doch mal. Vögel. Vögel 2. Boah, kostet 22. Los, schnell mal 22 Punkte. Boah, ich muss langsamer machen. 18. Anämie-Symptom mutiert. Kommt, zwei noch. Hammer. Schnell noch hier Vogel 2 nehmen. Und da kommt sie auch. Ereignis, außergewöhnliche Vogelwanderung. Vögel wandern in großen Gruppen. Wenn sie mit einer Krankheit infiziert sind, können sie diese über weite Distanzen hinweg in neue Länder tragen. Ist das nicht schön? Oh, jetzt sind wir ansteckend als Tuberkulose. Da ist gerade der Flieger nach Mexiko geflogen. So, was nehmen wir denn? Ich würde sagen, wir gehen nochmal jeweils auf Wasser und auf Flugzeuge. Ja, Wasser und Luft ist, denke ich mal, eine gute Sache. Wie viel brauchen wir für die Luft? 20. Ja, ansteckend als HIV. Ey, hier gleich nochmal drei. Und ey, jetzt geht es hier richtig voran. Was ist denn da los? So. Hier nochmal den für die Luft und bessere Übertragung über Flugzeuge. Oh, sind schon jede Menge rote Flieger und Schiffe unterwegs. Ah, das sind neun. Zehn Länder müssen wir noch infizieren. Dann haben wir die ganze Welt. Deutschland startet Heilmittelforschung. So, wir nehmen hier mal die Verbreitung über Nagetiere. Gewöhnlicher Floh, anfällig gegenüber Infektionen, erhöht Ansteckungsgewahr, vor allem in urbanen Regionen sowie Mutationen. Und dann nehmen wir hier noch den nächsten bakteriellen Mantel. Verdichteter bakterieller Mantel, der die Überlebensfähigkeit von Bakterien in allen Klimaregionen weiter verbessert. Norwegen startet jetzt auch die Heilmittelforschung. So, in den armen Ländern geht es noch nicht so gut voran. Dann nehmen wir mal das hier. Blut 1. Organismen können sich über Blut-Blut-Kontakt ausbreiten, erhöht Ansteckungsgefahr vor allem in armen Regionen sowie Mutationen. Chance. Ja, aber schon ein paar mutiert. Drei Stück haben wir schon. Ich würde mal sagen, wir nehmen den hier noch mit. Paranoia, irrationale Wahnvorstellungen und psychische Symptome. Opfer sind misstrauisch, vermeiden Behandlungen und kooperieren nicht mit anderen. Das kann für die Heilmittelforschung nur schlecht sein. Sehr gut. Entzündungssymptom mutiert. Ah, Karibik forscht auch. Und da haben wir unseren ersten Todesfall. Erster Todesfall durch Pax XII in China bestätigt. Pech oder der Anfang von etwas Schrecklichem. So, zwei Länder noch. Marokko und Neuginea. Ja, ansteckender als die gewöhnliche Grippe. Komm, wir nehmen mal den hier noch. Erreger überlebt Luft-Wasserfilter, erhöht Ansteckungsgefahr in feuchten, trockenem Klima sowie Übertragung Flugzeuge und Schiffe. Ja, vielleicht kriegen wir damit ja jetzt Marokko und Neuginea ist da. Da sehe ich doch schon ein rotes Schiff. Bitte hier, hier, hier anlegen, hier anlegen. Wissenschaftler nutzen Entzündungen aus. Wissenschaftler können für jede Krankheit mit Entzündung leichter ein Heilmittel finden. Was soll das? Jawoll. Zack, Neuginea. Und was war noch? Marokko, ne? China macht die Flughäfen dicht. So, Marokko ist warm. Dann nehmen wir doch mal die Hitzeresistenz. Erreger entwickelt Resistenz gegen heiße Temperaturen und Klimabedingungen. Und schon sind sie infiziert. Ja, sauber. Jetzt haben wir alle Länder. Hier, nochmal Glotzen. Auf jeden Fall. Tja, würde ich sagen, können wir langsam mit dem Töten anfangen. Aber als allererstes dämmen wir die Heilmittelforschung erstmal ein bisschen ein. Genetic Hardening. Erreger können im Labor nur noch schwer analysiert werden. Senkt weiter Forschungsgeschwindigkeit. Na, hier infizieren sie sich noch recht langsam. Hustensymptom mutiert. So, wir fangen mal an, die umzulegen. Aha, Lähmung. Erreger zersetzen motorische Neuronen und führen zur Lähmung. Deutlich schwerer zu heilen und kann tödlich enden. Naja, schwerer zu heilen ist erstmal gut für uns. Na, Westafrika kommt schleppend voran, aber jetzt geht's langsam los, wa? Ja, wir tun noch was gegen die Forschung. Genombildung. DNS-Stämme der Erreger wurden wieder zusammengefügt. Entwicklung eines Heilmittelfilds dauert länger. Ja, zack hier, um 3% runtergesprungen. Oh, wir wurden auf die Beobachtungsliste gesetzt. So, jetzt gehen wir mal auf den Tod hier. Ich brauch immer noch ein bisschen Infektion auch. Ja, hier wird's ein bisschen schwerer und Infektion ist auch dabei. Ja, das Immunsystem produziert Hemmstoffe, die Faktor 8 zerstören und Blutgerinnsel verhindern. Erhöht Ansteckungsgefahr. Joa. Tumore. Erreger zerstört Zellwachstumswege, verursacht unkontrolliert letztlich tödliches Wachstum. Ja, das hier ist nicht ganz so tödlich, aber schwer. Koma, neuropathische Prozesse im Hirnstamm führen zu Bewusstlosigkeit und in manchen Fällen zum Tod. Deutlich schwerer zu heilen. Joa, dann nehmen wir nur den. Na, ist das hier wieder um 2% runtergesprungen? Tumoresymptom mutiert? Ja, das wollte ich eben schon fast mehr besorgen. Ja, China ist beim Heilmittel führend. Ja, Heilmittelblasen, Hemd, Heilung. Ja, Heilmittel zu 25% hergestellt. Ja, Westafrika, jetzt kommt Schwung in die Bude. So, wir haben mehr Tote als durch die Pest. Neue Statistiken zeigen, dass Pax 12 mehr als 75 Millionen Menschen weltweit dahingerafft hat. Schlimmer als die Pest. So, wir nehmen mal den hier. Geht wieder ein bisschen auf, äh, Ansteckung, Schwere. Ich will noch nicht zu tödlich werden, weil wir ja immer noch nicht, äh, Westafrika ganz haben. Da hemmen wir doch lieber nochmal die Heilforschung. Globale Forschung richtet Blick auf Heilung. Na, ist natürlich nicht so gut. So, jetzt haben wir auch Westafrika. Mehr Tote als durch die spanische Grippe. 120 Millionen haben wir jetzt schon hingerafft. Die gesamte Menschheit ist infiziert. Der letzte gesunde, die letzte gesunde Person auf diesem Planeten wurde vor kurzem mit Pax 12 infiziert. Jawohl. Na, jetzt müssen wir sie nur noch down kriegen. Jetzt kann ich doch die hier verkaufen, oder? Ja. Ich mach die hier mal alle weg. Na, mal wieder neue DNS-Punkte. So, und jetzt hier den hier, den kenne ich. Vollständiges Organversagen. Katastrophaler Zelltod mehrerer Gewebetypen führt zu Organversagen im ganzen Körper und raschen Tod. Guckt euch mal den Anstieg hier an bei Tödlichkeit. USA verhängt Ausgangssperre wahrscheinlich. Ah, Heilmittel zu 50% hergestellt. Mehr Tote als durch die Pocken und schon über 300 Millionen down. Oh, der hier ist nochmal schön tödlich. Innere Blutung. 18. Warten wir nochmal kurz. Marokko beginnt zu zerfallen. Da haben wir die 18. So, jetzt kriegt ihr erstmal innere Blutung. Bam. Indien schaltet Internet ab. Also, liebe Zuschauer aus Indien, macht's gut. Wir sehen uns. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, hier gibt's auch nochmal einen dicken Sprung. Hämoragischer Schock. Schwerer Blutverlust führt zu Sauerstoffmangel, Bewusstlosigkeit und Tod. Kostet 30. Acht Punkte brauchen wir dafür noch. Und da haben wir sie. Jetzt kriegt ihr hier auch noch den Schock. Ah, Mittelamerika gibt Heilmittel höchste Priorität. Ah, fast 70%. 38% müssen wir noch umlegen. 2,5 Milliarden Menschen noch. So, was haben wir denn hier noch? Das gibt ein bisschen Down. Es gibt ein bisschen mehr Down hier. Immun Suppression. Erreger setzen sich an Lymphozyten fest, unterdrücken Immunsystemen und ermöglichen deutlichen Anstieg an Mutationen. Kann tödlich enden. Ja, vielleicht mutieren wir da nochmal ein paar krasse Sachen. Marokko errichtet Unfallkliniken. Polen in Anarchie verfallen. Wo leben denn noch viele? Eigentlich überall so ungefähr gleich. Anfälle ist irgendwie schwerer. Zufällig auftretende Gedächtnisstörungen und Anfälle mindern das unabhängige Handlungsvermögen des Patienten. Kann tödlich sein. Ah, da arbeiten sie auch wieder bei der Forschung nicht so gut mit. Abszesssymptom mutiert. Kostet ihr das nächste. Oh, hier. Das ist nochmal sehr tödlich. 37 Punkte. Nekrose. Große Mengen an infizierten Gewebe werden nicht mehr durchblutet und verursachen Gangren. Verweste Leichen dienen weiterhin als Überträger. Äh, ist ja auch gar nicht so schlecht eigentlich. Ja, die Regierung von Karibik ist gescheitert. Ja, in den baltischen Staaten ist die Regierung auch gescheitert. Alle Daumen. Und da kommt die Meldung. Pax 12 wird die Menschheit vernichten. Pax 12 hat die Welt trotz aller Bemühungen zerstört. Die letzten verbliebenen Menschen liegen im Sterben und haben keine Chance zu überleben. Jippie. 11.000 Menschen leben noch. Können wir auch mal Schub geben hier. Hier unter ist der Sieg. Pax 12 hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Ja, das war die erste Runde in Plugin von der Kampagne. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschaui, tschaui.